Musik Unser Partnerland Griechenland hat die Sparvorgaben beschlossen. Das war die Bedingung für weitere Kredite. Griechenland musste tun, als würde es jetzt wirklich sparen. Dabei hat nun das Parlament den Beschluss gefasst. Experten warnen, dass das Land kaputt gespart wird. Das kann sein. Es sieht bald so arm aus, wie es schon die ganze Zeit in Wirklichkeit war. Griechenland entlässt Beamte, der Mindestlohn sinkt und Otto Rehagel wird wieder Trainer. Wenn nicht gespart wird, entzieht die Troika aus EZB, EU und IWF Costa Cordales den Titel Dschungelkönig. Morgen geht's weiter.